Direkt weiter und bei Let's Play Fucktry 3 Part Nr. O. Jo, ähm, Part, ich weiß es nicht, das müsste Part 57 sein. So, den Blündern wir auch. Oh, wunderbar, er hat eine Granate dabei. Das ist sehr gut. So, nicht, dass ich hier an irgendwas vorbeilaufe. Mal gucken. Ne, passt alles, alles klar. Sehr gut. Blündern wir ihn nochmal. Und ihn hier. So. Ah, ich wollte ein bisschen Aiming üben, aber... Es geht heute nicht so gut. Leider Scheißaffe. Ein Makak. Ein Makak. Makaken sind... Makaken. Makaken sind auf Rock Island Teilmisch. Sie können lässt sich sein, doch ein Notfall lässt sich durch die CA... La- Blblblblblblbl. Mein Gott. Lassen sie sich mit CIA Methoden trainieren. Und werden zu Waffen, Spezialisten und treuen Kampfgenossen. Mit Affen hätten wir den Vietnamkrieg gewinnen können. Äh, fragt nur Donald Roomsfeld. Der weiß Bescheid. Alles klar. Den google ich nachher. Kann ich den abziehen? Tierhäuten tatsächlich. Leder. Kranker Scheiß. Habe ich sie? Ne, ich habe sie immer noch nicht. Ich erkenne nichts auf diesem Bildschirm. Ich weiß nicht warum. Wartet mal. Es ist einfach zu hell draußen. Bärensteingelbenes Blatt. Ähm. Ah, what the fuck. Ich habe verkackt, ich habe verkackt, ich habe verkackt. Scheiße. Oh, leckt mich am Arsch. Ich habe die Zähstaste nicht schnell genug gefunden. Ich habe... Okay, nochmal. Wow. Ist sie jetzt tot? Ich hoffe. So, ähm. Vielleicht gucken wir nochmal ganz kurz hier. Was... Die... Alter, was das Bärsteingelbenes Blatt für eine Wirkung hat. Kaminrotes. Blaues. Jagd. Ah ja. So. Benutzen. Jetzt greifen uns keine Tiere mehr an. Mal gucken, ob das auch für Haie gilt. Nein. Was heißt hier Haie für Krokodile? Stirb, du Mistvieh. Jetzt war das plötzlich schon wieder was anderes, das ich drücken musste. Meine Fresser. So, wo müssen wir jetzt längst? Ich bin ein bisschen orientierungslos gerade. Hier. Alles klar. Klettern. Wunderbar. Okay, Jason. Denk an Indy. Das Siegel kann ich sicher drücken. Wo kommen wir hier hin? Sorry, aber ich muss sowas immer ausprobieren. Was haben wir denn hier? Toll. Das hat sich ja gelohnt. Oder war da noch was? Nope. Da ist nichts mehr. Gut. Da kommen wir raus. Wunderbar. Dann werden wir jetzt dieses Siegel hier reindrücken. Oder was auch immer das ist. Um diese Tür zu öffnen. Ja, läuft. Das hat uns Wasser. Okay. Ach, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Nein. Ich bin doch gesprungen. Alter. Was zur Hölle? Ich muss bestimmt auf den Vorsprung. Zwei Schalter. Einfach. Warte. Moment. Hier. Eins. Komm schon. Und zwei. Hm? Alles klar. Dann lassen wir noch zu. Die Stange sieht verrottet aus. Oh, das Wasser ist gestiegen. Aber dafür können wir dann nämlich hier oben rauf springen. Weil wir dann glaube ich... Nein, wir sind immer noch nicht dicht genug dran. Ja, wir können hier durch. Okay, wie machen wir das jetzt? Können wir hier raus? Ja, sehr gut. Das sollte funktionieren. So. Fuck. Fuck. Ähm... Oben rüber. Geht das? Tatsächlich. Kommt denn der Felsbogen hier? Keine Ahnung. Aber es hat funktioniert. Ja, wunderbar. Läuft doch. Läuft doch so um Mieten ist klar weiter geht's hier trägt es nur heute folgisten und das war nach ich suche das ist der Fall Ich glaube, ich muss hier ganz schnell raus. Oh, 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 oh. Ups. Hä? Schade. Das war keine Absicht. Ja. Passiert. Also, nochmal. Ne, ich guck erstmal, wie ich denn hier wegkomme. Hier lang, komm dann. Ähm. Ah, vielleicht kann ich dann da durch, wenn das da weggebrochen ist. Okay, nochmal versuchen. Ist es das, wonach ich suche? Scheiße. Das war die Zwischensequenz. Ja, genau. Da kann ich jetzt durch. Alles klar. Ich blünder aber nochmal die Kisten. Die Zeit muss sein. Okay, schön langsam. Okay. Hab ich mir doch gedacht, dass wir hier hin müssen. So, jetzt. Schnell. Los. Los. Weiter. Jawohl. Schaffst du? Ah, nicht. Wunderbar. Komm. Packst du. Ach, Ladescreen. Okay, okay, okay. Hier. Wie findest du mich immer? Ha, ha, ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Hellen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Die Leichen zieht. Ich hab deinen Dolchlicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte. Aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Such du doch selbst. Du hast zu viele Spiele, ha? Na, fine. Selbst. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Keith. Ich hab nur diesen Ring gefunden. Ich wette, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Alter. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich seh dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenn dein Ziel. Na wunderbar. Na wunderbar. Ich hab hier gerade übelste Grafikwax gehabt. Also, Zwischensequenz. Dafür sorry. Kann ich nix zu. Hä, wo sind wir denn hergekommen? Bitte. Äh, Leute. Hallo? Sind wir nicht gerade aus einer Erdspalte rausgekrochen? Wie können wir dort nicht rausgekommen sein? Oh, ich hab'n Fähigkeitspunkt. Ich hab'n Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Äh, Seilrutschen. Schütze macht wenig Sinn. Hergestellte Spritzen wirken länger. Macht mehr Sinn. Langwaffenexperte verbessert. Trefft sich halt mit LMG, Schafsschützen und Sturmgebeeren beim Schießen aus der Hüfte. Nehmen wir jetzt. Passt. Boah, ich hab' noch vier? Alter Schwede, jetzt geht's los. Atemkontrolle kann man viermal länger halten. Sehr schön. Was haben wir hier denn so? Ketten-Takedown machen wir auch. Habe ich das nicht schon in der letzten Folge geskillt? Oder in den, in den letzten Folgen? Komisch. Granaten-Takedown ist cool. Erneuern 6 deiner Gesundheitsfelder nehmen wir. Ich kann aber gar nicht mehr machen, ne? Ne, auch nicht. Beende mehr Missionen. Alles klar. Weniger Schaden durch Feuer. Passt. Und was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Bogenschützen-Experte, den benutze ich eh nicht. Beute-Takedown. Oh, das ist auch geil. Blinder-Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Weitere Gegner zu Messerwurf-Takedown. Oh, das ist auch cool. Was haben wir hier? Steinwand. Und da leidest weniger Schaden bei Tieren, Griffen und verringerst die Gefahr, von Gegnern umgestoßen zu werden. Schön, Profi. 25%. Ja. Ist noch einiges zu skillen. Wunderbar. Alles klärchen. Dann würde ich jetzt am liebsten mir ein Taxi holen. Dann gucken wir jetzt mal auf die Karte, was unsere nächste Aufgabe ist. Hier. Bug. Hä? Nö. Wir machen jetzt, ähm... Gesichter des Todes. Aber vorher reisen wir nochmal nach Bad Town. Wir machen jetzt nochmal ein paar außerhalb Missionen... Außerhalb Missionen? Neben Missionen, damit wir uns noch weiter skillen können. Und, ähm... Ja. Genau. So. Hier vorne ist ein Shop. Kann ich auch mal vorbeigucken. Zum Beispiel die Munition auffüllen. Und, ähm... Mal einmal schnell verkauft tätigen. Halt die Schnauze, du dummer Hufe. Äh, warte. Ich muss woanders längst. Ich muss hier längst. Ähm... So, wo haben wir ihn denn da? Also... Ich bin hier. Danke, dass wir reden können. Ich habe den größten Respekt für deine Taten. Die Menschen müssen sehen, dass die Piraten besiegbar sind. Dass auch sie bluten, wie wir. Sterben, wie wir. Darum brauche ich dich. Was kann ich tun? Nach Fotos von den toten Piraten vor dem Dorf. Warum? Damit die Dorfbewohner sehen, dass sie nichts zu befürchten haben. Boah, das ist aber... Alter Schmier. Gesichter des Todes. Fotografiere die Toten Piraten und beweise, dass der Kampf nicht verloren ist. Alles klar. Nette, ähm... Eine nette Mission. Also, die finde ich wirklich gut gemacht, weil sie auch gut begründet ist. Und einen Hintergrund hat. Und überhaupt Sinn und so. Ich muss mal eben gucken, wo meine Ziele denn alle liegen. Ah, ja, okay. Ist ja hier gleich um die Ecke. Mit Y kam ich auf die Kamera, ne? Ja, genau. Das habe ich auch noch richtig in Erinnerung. Das ist schön. So. Was ist hier denn für ein Gebiet? Will ich gar nicht wissen. Oh, da ist hier schon die erste Markierung, weil ich sehe jetzt nur noch zwei. Ja, aufmarschung. Warte kurz. Entschuldigung. Mhm. Okay. Okay. Ja, wieso ist denn das gruselig, Alter? Was ist... Er ist doch viel schlimmer ausgewöhnt, Alter. Hätte sogar er sein können. Alter. So, komm. Ich komme diesen blöden Berg nicht hoch. Das ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Leck mich doch am Arsch. Ist das wirklich euer Ernst? Was soll das denn? Warum modellieren sie so eine Landschaft? Man, einen verkackten Berg nicht hoch. Was nicht, yo? Ja, hier. Viel Spaß, dann. Nein, die rollt wieder runter. Ich komme hier einfach nicht hoch. Was soll denn das? Ah, warum nicht gleich so? Ja, spiel nur mit mir, solange du noch kannst. Haben wir das? Gut. Gut, hier haben wir auch welche. Und jetzt geht's nochmal nach da hinten. Und dort... Ja, weiß ich nicht, ob wir da auch welche killen müssen. Werden wir hier mal sehen. Oh, das tat weh. Da habe ich mir den Knöchel verknackst. Hä? Wann ich mich... Alter, willst du mich verarschen, du Kackspiel? Toll, jetzt kommen wir hier natürlich wieder nicht hoch. Oh, doch! Wow. Heftig. Okay, einer hat wohl nicht gereicht. Hier müsste irgendwo anderen liegen. Nee. Wo ist denn der? Wo bist du? Komm zu Papa. Nicht, dass die schon wieder despawnt wurden. Natürlich wurden die despawnt. Die liegen hier gar nicht mehr. Äh, leck mich am Arsch. Ah, okay. Der hat noch gefehlt. Warte mal kurz. Erzähl mir nicht, dass er das überlebt hat. Da hinten ist doch... Eww. Bitte was? Der hat jetzt schon zwei Schüsse überlebt. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch sowas von verarschen. Liebe Entwickler, was soll das denn? Meine Fresse. Jeder, jeder Idiot hätte mir zugestimmt, dass der Typ sowas von tot sei. So, ich glaube, der Part ist vorbei. Bald. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Tut mir leid. So. Was wird das denn? Hallo Arschloch. Okay, ähm... Kaminrotes Blatt. Warum... Was sind hier so viele Rotblätter? Ich glaube, damit konnte man dieses Stinktier herstellen. Ah, ich will nicht in den Beuterrohrsack. Ähm... Hier, Jagd. Stinktier. Nee, das war gelbendes Blatt. Gelbendes? War das Jagd? Nee, da komme ich doch gerade her. Kampf. Ah ja. Was ist das? Präzision beim Schießen aus der Hüfte. Feuer fest. Und erweiterte Wahrnehmung. Keine Ahnung, können wir aber mal hier benutzen. Ich weiß nicht so recht, was mir das jetzt bringt, aber... Ist in Ordnung. Also hier vorne, an der Straße, sehe ich soweit keine. Oh, toll. Ach, Mann. Das suckt doch. Dein Ernst? Wo sind die denn? Leute. Was ist da los? Ey, diese paar Millimeter, bis ich da oben bin. Hier sind keine scheiß Piraten. Hier nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Hier liegen sie auch nirgendwo. Doch, hier. Mithin vor meiner Nase. Ich werde wahnsinnig. So. Läuft. Oh. Jetzt muss ich zu Nero zurück. Ah, hier unten ist das okay. Ja, bin ich ja gleich um die Ecke. Kurz einmal duschen, beziehungsweise einmal abwaschen. Dann beweisen wir es ihm jetzt nochmal kurz. Und dann im Anschluss würde ich sagen, mache ich eine kleine Pause. Und dann... Ach, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Meine Güte. Ich hab die Fotos. Muss wieder reinkommen. Gut. Gut, das wird Ihnen die Augen öffnen. Ja. Sehr gute Arbeit. Ja, Jason. Ich kann sie gar nicht weglegen. Hey. Na komm. So gut. So schön. Ich muss die Bilder erst mal genau analysieren, bevor ich sie rumzeige. Oh, entschuldige. Irgendwie glaube ich nicht, dass viele andere die Fotos sehen werden. Oh, ey, Alter. Was ist er denn für einer? Das ist ja eklig. Wir kennen die Experience dafür. Oh, ist er eine perverse Sau. Ist das böse. Gut, meine Freunde. Dann... ...wird ich sagen, sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Und, äh... Ich sag so lange. Ciao. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.